Weil Elektro-Altgeräte, Edelmetalle und andere wertvolle Rohstoffe, aber auch viele schadstoffhaltige Bauteile enthalten, müssen sie an besonderen Sammelstellen für Elektro- und Elektronikschrott abgegeben werden. Im Lahn-Dill-Kreis sind dies das AWZ-Asla, die GWAB in Wetzlar und die Sita in Dillenburg-Oberschelt. Für Energiesparlampen, die nach dem Gesetz ebenfalls zum E-Schrott zählen, gibt es zusätzlich Sammelboxen in vielen Bürgerbüros bzw. Rathäusern im Lahn-Dill-Kreis. Auch das Schadstoffmobil nimmt Energiesparlampen an. Kleingeräte können auch am Wertstoffhof abgegeben werden. Kleingeräte wird geschlagen. Vielen Dank.